Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Heißburg in Nürnberger Land. Wir wollen uns heute unseren neuen Messerblock vorstellen, den wir selbst gemacht haben, weil bei vielen anderen Modellen uns genervt hat, dass die kleinen Messer nicht halten. Hier werden wir also sogar das Publiermesser überall in jeder beliebigen Lage runterbringen. Das ist etwas, was schon einen größeren Komfort bietet. Auf was Sie achten müssen bei den großen Messern, die Magnete sind so stark, dass Sie das Messer zunächst drehen und dann abnehmen. Sonst kann es Ihnen passieren, dass Sie den ganzen Block mitnehmen. Und natürlich können wir diese Messerblock auch in der Holzart ihre neuen Küche machen. Schauen Sie rein in Untergrumbach, wir freuen uns auf Ihren Besuch.